gegen Zouboi und Lampier gewinnen können. Das war also eine ganz, ganz enge Partie. Hat gegen Jan Wucin gewonnen, gegen Ricardo Walter gewonnen, gegen Dang Kyu zu drei. In der Rückrunde hat er bislang einmal gespielt. Ist eigentlich Steger schon der Favorit. Und er geht hier auch mit Zouboi. Schaut auf jeden Fall jetzt ganz genau hin. Zwei zu zwei und dann das Schlussdoppel, wie bereits erwähnt, an Saarbrücken. Hier allerdings tiefe Rückhand. Das mit 11 zu 4. Und Steger danach relativ. Da lief die Saison nicht so, wie er hofft. Zwei zu 0. Zwei zu 0. Da geht es ja auch noch um mögliche Playoff-Platzierungen. Die ersten Matchbälle für Steger. 11 zu 3. 3 zu 0. 1. 2. 3.